Kann man tatsächlich durch die Art und Weise, wie man Geschlechtsverkehr hat, das Geschlecht des zukünftigen Kindes beeinflussen? Also kann man wirklich bewusst ein Mädchen oder einen Jungen machen? Das klären wir heute mal und beleuchten das ganze Thema ein bisschen wissenschaftlich. Vielleicht habt ihr den Gedanken ja selbst schon mal gehegt oder kennt es von befreundeten Paaren, die zu Hause ein Mädchen rumflitzen haben und wünschen sich als nächstes einen Jungen oder andersrum. Sie haben schon einen Jungen und wünschen sich ein Mädchen. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, total überflüssig, albern oder ganz toll und wichtig im Leben, ob man jetzt einen Jungen oder ein Mädchen bekommt, das sei mal dahingestellt und da darf sich jeder seine eigene Meinung bilden. Aber was viele nicht wissen, das darf man auch nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch ein Gender Disappointment. Also wenn bei Geburt nicht das Geschlecht rausgekommen ist oder bei der Schwangerschaft, was man sich vielleicht gewünscht hatte, da kann es zum Beispiel auch zu Schwangerschaftsdepressionen kommen. Also gar nicht so salopp und trivial das Thema, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute besprechen wir jetzt mal, ob es wirklich wissenschaftliche Evidenz dazu gibt, dass man das Geschlecht beeinflussen kann. Vielleicht habt ihr ja auch schon von diversen Studien gehört, die je nachdem wann man im Zyklus Geschlechtsverkehr hat, ob sehr nah am Eisprung oder selbst am Tag des Eisprungs oder ein bisschen weiter weg vom Eisprung, eben das Geschlecht beeinflussen kann. Die sogenannte Shettles-Methode. Das besprechen wir jetzt. Ganz kurz noch, Biologieunterricht Klasse 5 oder 6. Die Geschlechterverteilung findet ja bei Befruchtung statt. Die Eizelle hat immer ein X-Chromosom und noch ein X-Chromosom. Das sind ja die Geschlechtschromosomen X und Y. XX ergibt ein Mädchen, XY ergibt einen Jungen. Eizellen, also der weibliche Part bei der Befruchtung, gibt also nur in Anführungszeichen die X-Chromosomen weiter. Die männlichen Spermien haben entweder ein X-Chromosom oder ein Y-Chromosom in ihrem Köpfchen. Die Männer sind es also, die das Geschlecht letztendlich doch bestimmen, ob eben das Y-Chromosom sich mit dem weiblichen X-Chromosom verbindet, Junge, oder ob das X-Chromosom des Spermiums sich mit dem X-Chromosom der Eizelle verbindet, Mädchen. Mit diesem Wissen im Hinterkopf können wir jetzt auch die Shattles-Methode besprechen. Die Shattles-Methode wird Shattles-Methode genannt, weil Männer sich gern verewigen in irgendwelchen Studiennamen oder anderen Errungenschaften. Und deswegen hieß dieser amerikanische Wissenschaftler in den 1970ern Shattles. Und der hat folgendes behauptet. Die männlichen Spermien, die nennen wir jetzt mal männlich, weil sie ein Y-Chromosom enthalten, sollen laut Shattles kleiner sein, dafür schneller, aber auch nicht so ausdauernd sein. Also kleine Sprinter sein. Also, wenn ich jetzt sehr nah am Eisprung Sex habe und diese kleinen, schnellen, flinken Y-Chromosom-Spermien schneller bei der Eizelle sind, die ja gerade gesprungen ist, dann gibt es einen Junge. Die weiblichen X-Chromosom-Spermien hingegen sollen ein bisschen größer sein, dadurch auch langsamer, aber viel ausdauernder. Die Überlegung also, wenn ich zwei, drei Tage vor dem Eisprung Sex habe, sind die Y-Chromosom-Spermien schon hin. Die sind schon abgestorben, weil sie sind irgendwo hingeschwommen und dann kam sie nicht weiter, kürzere Lebensdauer, tot. Die X-Chromosom haben aber überlebt. Also wird ein Mädchen produziert. Das ist die Aussage von dem Herrn Shattles, wozu er auch in den 1970ern eine Studie gemacht hat. Bevor wir gleich zum großen Ergebnis kommen, ob die Studie aussagekräftig ist oder nicht, hat er noch zwei andere Sachen beschrieben, die ihr vielleicht auch wissen solltet. Unter diesem gleichen Gesichtspunkt hat er sich gedacht, okay, wenn wir beim Akt eine Stellung nutzen, wo der Penis sehr tief penetriert, also direkt vor dem Muttermund landet, dann haben es ja die männlichen Spermien auch leichter, weil sie sind dann natürlich vor Ort und viel schneller da. Also sind Stellungen mit tiefer Penetration eher jungenförderlich. Im Gegensatz dazu haben es natürlich die Spermien mit den Y-Chromosomen schwieriger, wenn die Penetration nicht ganz so tief ist. Also das war die zweite These. Und es kommt noch eine dritte These. Die dritte These ist nämlich, der pH-Wert des Vaginalsekrets ändert sich im Zyklus. Macht ja auch Sinn. Der ist am Anfang sehr sauer. So schützt sich natürlich so eine Vaginalwand vor Infektionen. Aber die Spermien mögen es gar nicht so sauer. Also muss es kurz vorher alkalischer werden. Und das wird es auch um den Eisprung herum. Hier haben es also wiederum die Y-Chromosomen ein bisschen besser, denn sie sind ja sehr empfindlich für äußere Einflüsse. Also sterben schneller ab. Deswegen ist der Sex am Eisprung doppelt gut. Denn da haben es die Y-Chromosomen wiederum leichter. Wenn man zu Beginn der fruchtbaren Phase Sex hat, wo der pH-Wert des Vaginalsekrets noch ein bisschen zu sauer ist, haben es wiederum die X-Chromosom-Spermien viel leichter. So, jetzt habt ihr viel gelernt über die Shattles-Methode und könnt sie auch direkt wieder vergessen. Denn tatsächlich ist seit den 1970er natürlich viel gelaufen an Studien, um zu schauen, ob das Ganze verifiziert werden kann. Und es hat sich gezeigt, es gibt dafür überhaupt keine signifikante Evidenz. Also wissenschaftlich überhaupt nicht tragbar. Auch wenn sich diese Shattles-Methode immer wieder medial präsent zeigt und immer wieder in aller Munde ist, ist hier nichts dran. Ihr könnt also das gerne machen, ihr könnt das anwenden, aber Studien haben sogar gezeigt, dass es auch keine signifikanten Größenunterschiede gibt zwischen den einzelnen Spermien. Unabhängig von den widersprechenden Studien nach Shattles gibt es auch noch einen zweiten Ansatz, der das Ganze schwierig werden lässt. Denn wir können selbst mit den tollen Armbändchen und Ovulationstests und selbst im Ultraschall den genauen Zeitpunkt des Eisprungs nicht exakt bestimmen. Es ist immer nur ein Zeitfenster, was wir wissen. Wir können also nicht genau sagen, wir haben am Tag des Eisprungs jetzt Geschlechtsverkehr, denn ihr wisst ihn nicht. Und auch wer jetzt sagt, doch, ich spüre den, dann müsst ihr euch nochmal dieses Video angucken, wo ich über den Mittelschmerz spreche. Außerdem weiß man mittlerweile 50 Jahre nach der Shattles-Methode viel besser, dass diese Befruchtung viel komplexer ist, als es den Anschein hat. Es ist also wahrscheinlich gar nicht so ein Zufallsprinzip, ob sich Y- und X-Chromosomen bei der Eizelle einnisten, sondern die Eizelle scheint zu entscheiden, wen sie durchlässt und wen nicht. Das sind die neuesten Erkenntnisse, die gerade noch laufen. Und hier bleibt natürlich die Forschung dran, weil wir sehen es ja auch immer wieder in Pandemien oder auch in großen Weltkriegen, dass vermehrt das Geschlecht, was gerade eradiziert wurde. Zum Beispiel jetzt im Krieg natürlich viel mehr Männer dann in der Nachkriegszeit produziert wurden als Frauen, interessanterweise. Woher weiß das die Natur? Da laufen die Forschungen, aber es scheint komplexer zu sein, als der Herr Shattles damals vermutet hat. In diesem Sinne, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr die Shattles-Methode angewandt habt und ob es bei euch funktioniert hat. Ja, die Chancen stehen 50-50. Es wird wohl welche geben, bei denen es geklappt hat, aber auch welche geben, bei denen es nicht geklappt hat. Dafür sind ja Studien da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche anderen Theorien, Mythen aufgearbeitet haben möchtet. Bis dahin. Hoi Do.